Handball ganz dynamisch immer wieder loslaufen, abbremsen, loslaufen, abbremsen. Man trainiert aber trotzdem häufig die Kondition mit Dauerläufen. Aber wir laufen nicht die ganze Zeit, wir laufen und bremsen ab und sprinten und so weiter und so fort. Und das machen wir jetzt nochmal ein bisschen. Zehn Runden ungefähr. Ihr arbeitet immer zu zweit zusammen. Könnt ihr mal die Sachen halten? Bitte, danke. 20 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Wir machen jetzt zehn Runden und dann schauen wir mal, wie es ist und wie die Zeit ist und schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen hochtweeten. Aber zehn Runden, 20 Belastung, 20 Pause. Einer arbeitet, der andere schaut zu, feuert an, schnauft, wie auch immer. Pause heißt bei mir nicht hinsetzen und was weiß ich machen und irgendwo weggucken, sondern Pause heißt bei mir langsam durch den Raum gehen, tief atmen, gleich wieder weiter gehen. Okay, wir machen das folgendermaßen, dass die Distanz nicht zu lang ist. Wir haben hier die orangene Linie, wir haben die zweite weiße Linie. Stellen wir hier am Anfang, wie viele sind wir? Sagen wir, wir sind 16, acht Leute, stellen vier, drei auf. Ein Meter, zwei Meter Platz dazwischen, dass ihr nicht aneinanderrempelt. Wir fangen auf der einen Seite an, tief zum Boden greifen, seitlich, runtergreifen. Seitlich auf, hoppa, 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 runtergreifen, seitlich, bababababa. Drei Runden mit recht normalen Schritten, sage ich mal. Dann machen wir drei Runden mit einem richtig explodiven Startschritt, das heißt richtig raus, klein, 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 zwei, raus, drei, klein, klein, dann machen wir drei davon und dann machen wir noch mal drei. Dann lassen wir es bei neun Runden mit ganz großen Schritten. Ja, okay, das heißt, wenn wir tippen, sondern wirklich, zwei, 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 alle Seiten. Ihr müsst nicht Runden zählen, ihr habt 20 Sekunden und dann wird geweckt. Ja, ich sage mal, 20 Sekunden, ich sage Stopp, auf die Plätze, fertig, los. Hier ist meine Funkenstreitung. Wir machen den Schritten, die Gruppe, der Kleingang braucht. Auf geht's wieder, ganz toll machen wir. Auf geht's. Geht schon los. Auf geht's. Auf geht's. Neun, zwei, drei, zwei, drei. Großer Schritt.